Wenn dir die Weltgeschichte übern Schell radelt, musst schauen, wo du bleibst. Das ist ein Zitat von Thomas Maurer aus seinem Programm Aodili. Das ist die chinesische Bezeichnung für Österreich. Und darin mimte einen Oberösterreicher auf asiatischen Abwägen. In 100 witzigen und intellektuellen Minuten, vereinter Globalisierung und Provinz. Einige Haferflocken, ein bisschen Fett, ein paar Eier, einen Esslöffel Richard Klammer und drei Teelöffel Robert Kummer. Das ist das Rezept für Kraftmalerei. Falls Sie keine Lust zum Kochen haben oder falls Ihnen Zutaten fehlen, dann schauen Sie unbedingt zur Vernissage-Kraftmalerei nach Bad Eisenkappel. Abgeschmeckt wird mit Sturm und Musik von den Teltones. Der Chor heißt zwar Chorus Sine Nomine, aber er wird in Ihrem Gedächtnis nicht namenlos bleiben. Es werden Werke gesungen unter dem Motto Power in Heaven von Andreas Hilburg, Clemens Nonpapa und Jakobus Gallus. Und untermalt wird mit Live Electronic. Für welchen Tipp auch immer Sie sich entscheiden, ich wünsche erholsame und entspannte Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.